Tagelang hat Pietro Lombardi um Melissa gekämpft. Er hat sie ständig verfolgt in der Love Island Sendung und als er dann die Möglichkeit bekam, sie näher kennenzulernen, hat er nach nur zwei Dates alles beendet. Melissa und Pietro sind dann sofort getrennte Wege gegangen, bevor es überhaupt anfangen konnte mit ihnen. Doch 2020 startet sie direkt mit einem neuen an ihrer Seite durch. Sein Name ist Richard und auch er ist anscheinend kein Unbekannter. Er ist Schauspieler bei Köln 50667. Auf Instagram hat er stolze 300.000 Follower. Jetzt gibt es sogar ein Foto, wo die beiden rumknutschen. Dazu schreibt Melissa folgendes, Ich hätte mir keine bessere Person vorstellen können, um ins neue Jahr starten zu können. Ist er also vielleicht die große Liebe, nach der Melissa ständig gesucht hat? Was denkt ihr, wird die Liebe zwischen den beiden halten? Und wie lang sind die beiden schon zusammen? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen! Tschüss! Tschüss!